Freunde, heute spielen wir den Schwertziehen-Simulator in Roblox! Mal schauen, ob wir schon das erste Schwert hier rausziehen können. Nimm das, Junge! Bum, 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 alter! Oh, ganze Kraftsammel! Oh, wir ziehen das aus dem Stein! Hä? Wir haben es geschafft! Wow, wir haben dieses Riesenschwert rausgezogen! Und jetzt haben wir sogar ein neues Schwert bekommen! LOL! Ey, Simlucky, als ob du noch kein Schwert hast! Oh, ich ziehe jetzt einfach auch das raus, Uki! Bam! Ey, nein, Freunde, wir müssen heute auf jeden Fall stärker als Simlucky werden! Und die krassesten Schwerter ziehen! Wie zum Beispiel den finalen Boss Ex-Kalibur! Leute, das ist das krasseste Schwert! Ex-Kalibur! LOL! Oh, ich habe ich vor dir, Uki! Easy peasy, lemme squeezy, Alter! Nein, das schafft doch kein Fall von mir! Weil, guck mal, hier mit diesem besseren Schwert kriegen wir jetzt viel mehr Plus, Freunde! Viel mehr Stärke Plus! Zack, 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 zack! Und wir haben schon 2,2 Siege! Was können wir mit 2,2 Siegen machen, Freunde? Und, Uki, wie ich dich überhole, Junge! Was, du überholst mich? Oh nein, warum überholst du mich? Das ist auch viel Uki! Ein Moment mal, Freunde! Guck mal, was wir hier alles für Geschenke benutzen können! Die können wir alle beanspruchen! Let's go, Freunde! Wir benutzen die ganzen Geschenke! Ah, danke für dieses Geschenk! Danke für dieses OP-Ped! Hoho! Was? Und noch ein OP-Ped? Alter, no way! Alter, was haben wir gerade alles bekommen? Okay, das müssen wir uns mal anschauen! LOL! Demi...Dämonik Dominus und Boku? LOL! Äh, warte mal, Boku? Der erinnert mich an Zongoku, Leute! Okay, wir haben die Beine jetzt ausgerüstet! Mal schauen, wie die aussehen! LOL! Die leuchten richtig! Wie krass sind die denn? Ey, Samlacki, hast du auch so coole Pads wie ich? So hohe Haustiere! Okay, ich hol mir jetzt hier ein Pad, Junge! Du hast sie kostenlos bekommen, du bist Hacker! LOL! 1500 oder stärker, Alter! Ich bin ja richtig OP! Ey, mal schauen, ob ich schon das nächste Schwert rausziehen kann! Ja, safe kann ich, Junge! Das ist das Schwert! Das ist das Herzbane-Sword! Mal schauen, ob ich es schaffe, das rauszuziehen! Junge, Okri, nebenbei! LOL! Wie schnell bin ich denn? Ich hab schon das nächste Schwert! LOL! Das ist viel cooler als deins! LOL! Ich krieg das jetzt auch, Okri, hä? Easy peasy! Ey, nein, was? For free? For free, Bro? No way! Wir haben gerade ein richtig krasses Eyebrow for free bekommen! Für kostenlose... Oh, wir öffnen es, Leute! LOL! Infernal Gemmen! Infernal Gemmen! Ey, Alter, ist der krass! Freunde, lass uns den mal anschauen! 15 Mal plus! Boah, das ist das unser krasseste Pad! Let's go, Alter! Samlacki hat niemals so krasse Pads, Junge! Wir bekommen einfach jetzt pro Schlag schon 53 plus! Guck mal, wie schnell das geht! Ey, Samlacki, ich hab viel mehr Stärke als du, du kleiner Noob! Egal, Okri, ich verrate dir eine Sache nicht! Und die ist richtig OP, Junge! Das wirst du niemals herausfinden! Was? Welche Sache willst du mir nicht verraten, hä? Ja, verrate ich sie nicht, Uri! Was soll ich nicht verraten werden? Das werde ich auch nicht verraten, ne? Ey! Okay, Freunde, wir haben 41 Siege! Können wir damit irgendwas Gutes kaufen? Lass uns mal ja auch hier vorne ein Ei öffnen! Mal schauen, ob wir hier was Gutes rausbekommen! Oh, ich hab schon! Let's go! Vanilla Cream Bunny? Okay, der sieht jetzt nicht so gefürchtet aus! Und der ist auch richtig schlecht, Mann! Hä? Das lohnt sich null, Leute! Ich hab jetzt einfach unnötig Siege ausgegeben! Okay, man kann Wiedergeburt machen und sein Klicker upgraden! Lol, stimmt! Man kann sein Klicker upgraden! Warum hab ich das nicht früher gemacht, Freunde? Jetzt hab ich den krassen Klicker! Wie krasser die ganze Zeit als du, Junge? Äh, nein, bist du nicht, Simlaki! Ich hab schon 6.000 und ich kann das letzte... Ich kann das nächste Schwert schon rausziehen! Ich zieh jetzt das Sword of Essence raus, Leute! Das ist das krasseste Schwert schon fast! Boom! Alter, wie schnell mach ich das? Boah! Let's go! Ey, nächstes Schwert rausgezogen! Bam, bam, bam! Zack! Guck mal, wie krass das ist! Ey, Simlaki, das ist krasser als seins! Und wie viel bekomme ich? Plus 106, 67 pro Schlag! Du ehrenloser! 176 pro Schlag! Und ach, Leute, schaut euch das mal an! Wir können hier sogar was ziehen! Wir können am Glücksrad drehen! Let's go! Wir drehen am Glücksrad! Und was bekommen wir raus? Was bekommen wir aus dem Glücks-Ei? Alien! Ein episches Alien, Leute! Wie krass ist das? 4,5! Okay, das ist auf jeden Fall besser als dieser Boku! Dann lass uns das Beste kippen! Aber um 15.000 Wins, um aus der Welt zu entkommen, Ugrimt, eine andere zu kommen! Wir machen, wer als Erster hinkommt! Okay, aber ohne Hacken, Alter! Äh, Zemlaki, wir werden nicht nur in diese Welt kommen! Ich komm nicht nur in die nächste Welt! Ich komm noch in die übernächste Welt, Junge! Und das ist alles vor dir! Guck mal aus, Alter, Ugrimt, laberlich! Oh yeah! 100% Leute! Jetzt haben wir noch nicht genug Siege, um da reinzukommen! Aber ich werd's schaffen, Freunde! Ich werd gleich dieses Excalibur rausziehen! Ich bin schon fast so weit, Freunde! Ich hab ja schon 63... Warte mal, 24.000 Stärke! Das heißt, ich kann gleich schon dieses Kotetsu Blade rausziehen, Junge Freunde! Und das werden wir auch gleich rausziehen! Mal schauen, wie krass das ist! Okay, ey, nicht mal so schlecht, Freunde! Guck mal, wie krass! Ey, wir können hier uns noch mehr Sachen kaufen! Höh, lol! Das gibt nur Speed! Okay, äh, lass uns mal auf diese, äh, gelbe Spur sparen! Ah, dafür brauchen wir 90 Siege! Okay, dann werden wir hier nochmal das hier rausziehen! Und dann bekommen wir noch mehr Siege, Freunde! So, zack, zack! Wir schauen, wie viele Siege wir bekommen, wenn wir dieses Schwert rausziehen! Nimm das, Junge! Easy, Leute! 55 Siege plus! Ich würd's sagen, wir ziehen das noch ein paar Mal mehr raus! Und dann können wir uns noch eine krassere Spur holen! Und diese Spuren werden uns noch schneller Stärke geben! Denn die geben uns einfach Stärke beim Klicken, Leute! Die geben uns Schnelligkeit beim Klicken, meine ich! So, zack, 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 zack! Bam! Jetzt haben wir 236! Lass uns das noch ein paar Mal machen! Mal schauen, was wir hier ziehen können! Lass uns mal auf die hier sparen, Freunde! Auf die, auf die Pastel für 450! Okay, warte! Wir brauchen jetzt 450 Siege, um die zu kaufen! Boah, die ist richtig OP, Freunde! Und dann können wir viel, viel schneller Plus machen als dem Lucky! Ey, dem Lucky, ich hab grad so einen krassen Trick herausgefunden! Du weißt gar nicht! Das war das, du kannst gar nicht schon lange und ich hab noch viel krassere Tricks als du, Junge! Hier, Boku hab ich jetzt bekommen! Boku hab ich schon lange, du kleiner Noobs im Lucky! Denn das war mein erstes Pad, Junge! Ich bin schon viel krasser als du! Ey, du bist Hacker, Junge! Ich bin kein Hacker! Ich bin einfach nur heftig, Leute! Okay, jetzt noch einmal rausziehen! Bam! 55 Siege Plus! Und jetzt können wir uns hier vorne diese richtig krasse Spur holen! Oh, sollen wir auf die Grüne sparen? Hm, die gibt einfach schon 30 Plus! Ja, okay, komm, lass noch einmal mehr machen, damit wir hier die Grüne bekommen, Leute! Ich möchte unbedingt die Grüne haben! Dafür brauchen wir 600 Siege! Alter, wir haben schon so viele Siege! Ganz ehrlich, Leute, wir müssen auch gleich noch mehr Pets ziehen! Weil Pets kann man ja auch nicht krass bekommen mit Ziegen! Bum, bum, bum! Rausgezogen! Jetzt haben wir fast 600 noch einmal, da haben wir 600, da holen wir uns die grüne Spur! Let's go, Freunde! Ey, das ist schon so easy, das hier rauszuziehen! Am Anfang konnten wir fast dieses hier nicht rausziehen! Und jetzt können wir jetzt schon das hier rausziehen! Alter, wir sind einfach OP, Junge! Und so mache ich schon das erstes Mal an! Ich hab ne grüne Spur, Junge! Let's go! Wir haben eine klasse Spur, Junge! Boom, jetzt hab ich die grüne Spur, let's go! Ich hab auch eine Spur! Alter, und jetzt kann ich viel schneller klicken und viel schneller Plus bekommen mit meinem Schwert! Boom! Guck mal, was ich für einen Tacken überhaupt mache! Zack, Umdrehung! Boom, 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 boom! Okay, Freunde, was können wir uns hier für Eier holen? Für 700 können wir uns das hier holen! Dann würde ich sagen, lass uns mal gleich auf die 63.000 sparen! Dann holen wir uns dieses Kotzett zu Blade! Und damit werden wir dann richtig viele Siege sparen und das krasseste Ei öffnen! Ich mache, schau, was ich aus dem krassen Ei bekomme! Leute, man kann hier sowas Mütiges bekommen! Alter, ich hoffe, ich bekomme das Mütiges hier! Das wäre so krass, Alter! Okay, Freunde, wir müssen jetzt noch ein bisschen sparen auf 63.000! Wir schaffen das, Freunde! Ah, stimmt, wir können hier noch equippen, unsere besseren! Hier, wir sind schon Master, Leute! Wir sind schon Master! Let's go, Alter! Toll! Ey, jetzt bekomme ich so viel Plus! Oh, ich hätte das früher machen sollen! Guck mal hier! Bap, bap, bap! Und wir müssen wiedergeboten eigentlich machen, oder? Ah, können wir doch gar nicht! Ah, wir brauchen 25 Siege für eine Wiedergebot! Alter, Freunde, sollen wir wiedergeboten machen? Aber wenn wir wiedergeboten machen, dann können wir nicht in die nächste Welt und unsere Stärke wird resetet! Dann wird sie zurückgesetzt! Haha, ok, ich habe schon tausende Wiedergeburten gemacht! Ey, Freunde, wir sind so krass am Farben, Junge! Wir sind so krass am Farben! 166.000! Ganz ehrlich, Leute! Hier, ich muss jetzt das krasseste equippen! BAM, Junge! Jetzt habe ich das krasseste, Leute! Und ihr wisst, was ich damit kann! Ey, so krass bist du niemals im Leben! Was? Als wenn du das krasseste hast! Oh, ja, Junge! Ich habe den krassesten Klicker, Leute! Guck mal, wie viel ich Plus bekomme! Jetzt lasst uns das nächste Schwert rausziehen! Wir haben genug Stärke, Leute! Schon lange genug! Nimm das, Alter! Das wird richtig easy, Freunde! Oh, nein! Das ist gar nicht so easy! Komm her, Mann! Ich kicke so schnell! Oh, nein! Ah, zack! Bam! 275 Siege mit einem Rauszieher von dem Schwert! Die Schwert haben schon lange, hä? Warte mal, du hast das schon lange, das Schwert? Ja! Aber du hast doch voll wenig Stärke! Ja, ich habe es trotzdem umgekriegt! Hä? Wie hast du das gemacht, Simlaki? Ich bin halt viel krasser als du, ne? Oh, Kri, ich bin stärker, habe ich doch gesagt! Hm, wir haben so viel Stärke! Sollen wir eine Wiedergeburt machen? Ey, ich weiß gar nicht! Wenn wir eine Wiedergeburt machen, dann verlieren wir alle unsere Stärke! Und dann schafft es vielleicht, Simlaki, vor uns in die andere Welt zu kommen! Nee, ganz ehrlich, ich werde jetzt hier sparen auf dem Snack! Ich hole mir jetzt Eck für 700, Oh, Kri! Eck für 700? Oh, nein! Ich muss auch drastellen hier! Ja, weil ich gewinne die ganze Zeit gegen den Typen! Der ist so einfach! Epic! Epic! Ey, warte mal, schaffe ich es vielleicht schon gegen den hier, Freunde? Vielleicht schaffe ich es ja! Komm, ich muss es austesten und... Boah! No! Alter, Ukri, Junge! Du wirst mich niemals besiegen! Ey, ich werde jetzt so stark, du weißt gar nicht! Ich kriege jetzt richtig viel Plus, Ukri! Hä, was ist denn, Simlaki? Ich habe mir ein krasses Eck geholt! Ernsthaft? Ist das richtig heftig? Das gibt mal 100! Was? Mal 100 niemals! Hä? Spaß! Nein, nicht mal 100! 100 ist zu krass, Ukri! Ich sage dir nicht, wie viel das mal gibt! Alter, nein, ich brauche auch so ein krasses Eck! Okay, Freunde, wir werden jetzt hier ein paar Mal spielen! Dann haben wir 700 Siege! Ja, wir haben schon 700 Siege, Alter! Let's go! Wie schnell ging das denn? Und jetzt werden wir hier auch ein krasses Pet öffnen! Komm! Jetzt kriege ich was krasseres als ein Lucky! Und... Bitte was Gutes, bitte was Gutes! Boom! Tiger! Oh, das war das Schlechteste, was wir bekommen könnten! Ernsthaft! Junge, ich habe ein Episches bekommen! Ich habe einen Drachen bekommen! Was? Den Drachen? Ey, wie krass ist der Drache? Sag mal ehrlich! Mal 10, Junge! Mal 10? Ja, okay, ich habe ein Pet, das hat einfach mal 15! Haha! Häh! Was? Oh yeah! Und jetzt werde ich noch mal per Siegel holen! Und mit diesem Paar beim Siegen werde ich dann noch krassere Pets ziehen! Okay, Freunde, wir bauen unbedingt krassere Pets! So, noch einmal hier ziehen! Let's go, Freunde! Wow! Ey! Unser Autoklicker spielt rum! Vor allem übrigens, ich benutze jetzt den Autoklicker, damit wir den Lucky komplett hops nehmen! Guck mal hier! Boom! Autoklicker aktiviert jetzt! Zack! Dann können wir doch schneller Siegel fahren! Okay, jetzt mal ab zum Pet und mal schauen, was da rauskommt! Was wir rausbekommen! Und was kommt raus, Leute? Boom! Drache, Alter! Let's go! Oh, nee, der ist selten! Und warte mal, Lucky, du hast das Epische niemals, oder? Er hat zwei Mal hintereinander bekommen! Zwei Mal hintereinander das Epische bekommen? Ja! Hä? Warte mal, mein Drache gibt 8 plus! Ja, meiner gibt 10! Nein! Ich brauche auch so einen krassen Drachen wie deiner! Okay, Freunde, ich würde sagen, wir ziehen hier noch ein paar mehr Siege, Leute! Und dann kriegen wir auch so einen krassen Drachen, aber sowas von... Bam! Einmal... So! Zweites Mal rausziehen! Let's go, Freunde! Easy peasy! Und drittes Mal rausziehen! Let's go, Freunde! Easy peasy! Let's go! Okay, jetzt öffnen wir nochmal das Ei! Komm, jetzt bekomme ich immer was Besseres als du, 100%! Und? Bekomme ich... Und? Ernsthaft? No way, Leute! Ich dachte, ich bekomme was Besseres! Aber ist gar nicht mal so schlecht! So, wir werden das jetzt equippen! Und jetzt, Freunde, kriegen wir richtig viel plus 460, einfach plus, Junge! Pro Schlag! Ey, ich werde es so easy schaffen, Simaki, in die nächste Welt! Ich schaffe es vor dir in die nächste Welt! Aber sowas von... Bam! 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 Wir haben den Krassklicker aktiviert, alles aktiviert, was nur krass ist! Werden wir auch sehen, Okri! Werden wir auch sehen, Freunde, ich werde sowas von gewinnen! Er hat keine Chance, Leute! Er hat keine Chance! Wir müssen uns hier unbedingt eine bessere Spur holen, oder? Ja, Freunde, wir müssen uns eine bessere Spur holen, habe ich ganz vergessen! Okay, warte mal, wir müssen ein bisschen Stärke sparen, dann holen wir uns ein paar mehr Siege und versuchen, dieses Ex-Kalibur rauszuziehen! So schnell stark, ne? Ich bin viel krasser als du! Okay, jetzt hast du 22.000 Stärke! Äh, Bro, ich habe 263.000! Ne, warum bist du so krass, Okri? Hast du Wiedergeburt gemacht? Äh, nein, Okri! Hast du keinem Wiedergeburt gemacht? Was, doch, ich habe schon 1.000 gemacht! Was? Oh nein, du hast viel mehr Wiedergeburt, dann machst du auch viel mehr Plus als ich, oder nicht? Viel schneller! Äh, nein, mache ich trotzdem nicht! Äh! Let's go! Äh, warte mal, ich weiß auch, warum du nicht so schnell Plus machst, weil du ein Noob bist, Junge! Hey, das hat nichts damit zu tun, ich bin Pro, Alter! Okay, Freunde, ich würde sagen, jetzt testen wir mal, ob wir den finalen Boss besiegen können. Komm schon, Freunde, Autoklicker ist an, Leute! Und... Tja! Komm her, Mann, ich fährt jetzt... Alter, wir schaffen's sogar! Wir schaffen's sogar! Ja, ganze Kraft zusammen und... Buh! Komm schon, Freunde, wir müssen das krasseste Schwert rausziehen! Das krasseste Schwert aller Zeiten! Und wir schaffen das Ex-Kalibur, obwohl wir so wenig Stärke haben! Let's go! Oh, wie krass ist das? Alter, Simlaki, was machst du jetzt? Oh, let's go. Ey, jetzt hast du wirklich keine Shots mehr. Jetzt hast du wirklich keine Shots mehr. Was? Was? Junge, du hast geschafft. Egal, Ucrisch, ist auch easy. Haha, mach ich jetzt auch. Warte, wie willst du das mit 23.000, das schaffst du eh nicht, Leute? Alter, der kann so viel versuchen, wie der will, Junge. Du hast keinen Shot. Du hast verloren, weil du so schlecht bist, Simlaki. Nee, das gewinne ich, Ucris. Und bam, Junge, ich habe schon wieder verloren. Okay, Freunde, wisst ihr was? Jetzt mit diesen Ziegen können wir uns ja eine richtig krasse Spur holen, die uns noch schneller macht. Ich würde sagen, hm, wir holen uns hier diese pinke Spur. Bam, 35 gibt die uns Plus. Wir kippen die direkt. Und let's go, Freunde. Jetzt machen wir noch schneller Plus und noch faster. Und jetzt werden wir so lange sparen, bis wir richtig viele Siege haben. Weil gleich müssen wir das öfter rausziehen. Und dafür bekommen wir dann die 15.000 Siege und können in die nächste Welt und haben die Challenge gewonnen gegen Simlaki. Simlaki, ich werde dich besiegen, Junge. Ja, werden wir sehen, Ucris, nee, wirst du nicht schaffen, denn ich weiß, dass du richtig viel Plus kriegst. Ich habe nämlich gerade einen Fehler gemacht. Jetzt mache ich den aber nicht mehr, Ucris. Was für einen Fehler hast du gemacht, Simlaki? Ja, ich verrate es dir nicht, Ucris. Ich werde jetzt richtig krass übertreiben, Alter. Alter, nein. Ey, stimmt, Frau, wir brauchen auch eigentlich unbedingt so krasse Wiedergeburten wie er, Leute. Sollen wir uns irgendwas mit Robo zu tun? Ja, wie viele Wiedergeburten hast du, Ucris? Ich habe null Wiedergeburten. Was? Ja, ich habe null gemacht, weil ich habe die ganze Zeit nur gespart. Alter, du bist ein Noob, Ucris. Da machst du keine Wiedergeburt, hä? Aber jetzt bekommst du auch viel schneller Plus als ich, merke ich gerade. Nein, ja, kriege ich, Ucris. Lass mal schauen, wie viel kriegst du pro Schlag. Ja. Wie viel kriegst du pro Schlag? Pro Schlag kriege ich 475. Was, ey, das ist fast so krass wie ich, Junge. Ja. Ey, nein, was, ey, Leute. Der ist wirklich schon fast so krass wie ich, obwohl der... Bis ich das andere Schwert kriege. Ey, weißt du, warum du so viel bekommst wegen dem Wiedergeburten? Oh, Junge, jetzt kriege ich mir das andere Schwert. Und ich habe es rausgezogen. Was sagst du, wie willst du das rausziehen? Ja, guck mal, was ich meine Hand habe. Wo du willst du nur 100.000 Stärke? Nein, ich habe schon 200.000, Ucri. Mit 200.000 hast du es geschafft, das rauszuziehen? Wie machst du das, so Maki? Und jetzt kriege ich sogar schon 500 Stärke. Was, Alter, wie krass bist du, Singlucky, Junge? Egal, ich habe das erste in die nächste Welt. Bam, ich ziehe es jetzt richtig oft raus. Oha, Leute. Da hat der keine Schotze, da hat der keine Schotze. Ja, wir haben 500.000 Stärke schon. Ey, Singlucky, ich ziehe es gerade so oft raus, dass ich 50.000 habe. Ich hole mir jetzt ein Space Egg, Ucri. Bam, Alien. Nimm dir ein Space Egg. Ich hole mir ein Egg in der nächsten Welt, so Maki. Bis gleich, Junge. Gleich haben wir 15.000, Freunde. Da sind wir sehr nett, die auf jeden Fall vor uns im Lucky haben, Junge. Was, als wenn, Ucri? Oh, ja. Und dann mache ich erst meine ganzen Wiedergeburt. Wenn ich in der nächsten Welt bin, dann kann ich genug Wiedergeburt mal haben. Dann habe ich genug Zeit, um genug Wiedergeburt zu machen, ja? Hm? Maki, hast du Angst? Hast du schon Angst, jetzt rasiert zu werden von mir? Ah, Ucri. Oh, ja, Freunde. Gleich haben wir 15.000. Dann gehen wir in die nächste Welt. Oh, ja. Freunde, ich werde jetzt ein bisschen spart. Und dann sehen wir es gleich wieder. Ja, let's go, Freunde. Wir haben jetzt einfach 15.000. Ich bin vor dir in der nächsten Welt. Let's go. Boah, mit der nächsten Welt, Alter. Boah, wie das ist so krass, Junge. Als wenn du es schon geschafft hast. Noob, 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 noob. Und jetzt werde ich mit diesen 15.000. Sieger richtig krasse Eier öffnen hier vorne in der nächsten Welt, Leute. Was? Mal schauen, was ich rausbekomme. So, hier. Und, Alter, unser Schmerz ist einfach so heftig, ne? Das läuft ja hier noch viel krass. Ich hole mir viel krasseres Ei hier für 7.000. Let's go. Hä? Wie bist du in meiner Welt drin, Simaki? Ja, sag doch, ich bin krasser als du. Ich bin hier schon lange, Ucri. Hä? Was sagst du, Simaki, wie? Ja, mein, du Noob, Ucri. Was, du? Äh, Simaki, wie hast du das so schnell gemacht? Ja, ich verrate gar nichts, Ucri. Du denkst auch, ich verrate dir meine Geheimnisse, ey. Ey, aber du warst auch nach mir drin, Junge. Ich hab's ganz genau gesehen, Alter. Nein, nein, Ucri, du bin nütz, Junge. Ich bin jetzt auch exklusiv, Junge. So, zack, 7.000, bam. Und mal schauen, was ich jetzt bekomme. Hä? Das ist schlecht, Junge. Egal, ich rüsse es aus, Freunde. Das ist bestimmt auch nicht so schlecht. Alter. Das ist schlecht, das ist schlecht. Ich dachte, das wäre viel besser, was? Das ist voll schlecht, Junge. Ich hab einfach 7,5 hier ausgegeben für so ein schlechtes Bett. Nochmal öffnen. Komm, jetzt muss ich was Fünschen bekommen. Bitte. Und Epic, Epic, Junge, Epic. No way. Einfach Epic bekommen. Alter. Okay, was hab ich als Episch-Team bekommen? Den Emerald Dragon. Für 10,5 gibt der uns plus. Ey, let's go. Hä? Der gibt 10,5 plus, Junge. Der Episch in der anderen Welt. Für 700 hat 10 plus bekommen. Warum sind die so schlecht, die Eier, Leute? Ich hab keinen Eier für Fünschen bekommen. Okay, weißt du was, Lacky? Wir müssen heute doch das hier rausziehen. Das Nightfall-Sword. Haha, das ist richtig heftig. Lol. Hä? Schaff ich easy, Ukri. Ich bin so krass. Ey, denkst du, am Schluss kommt auch Thor's Hammer, den wir aufheben müssen auf vom Stein? Boah, Thor's Hammer? Ey, vielleicht, Ukri. Aber das ist nicht easy schaffen. Thor, hä? Wer ist Thor? Wer ist Thor, Junge? Mal schauen, ob wir das hier schon mal schaffen. Ey, schau mal, Ukri. Wir können hier Boss fighten. Boss fighten? No way. Ja, Ukri. Okay, lass uns mal fighten, Leute. Mal schauen, ob wir es schaffen. Und nimm das, Junge, als ob du eine Chance gegen uns hast. Zack, 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 zack. Der hat uns in einem Schlag zerstört. Der hat uns in einem Schlag zerstört, was? Ey, können wir in einer anderen Welt eigentlich auch einen Boss fight machen? Äh, ich glaub schon, Ukri. Lol, wir können wirklich einen Boss fight hier machen. Okay, Freunde, lass uns mal hier einen Boss fight machen. Okay, Freunde. Komm, wenn wir WD besiegt haben, gewonnen sind, Lucky. Nimm das, Alter. Boah, 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 boah. Yo, 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 yo. Ja, ich hab ihn besiegt, Alter. Und, oh, man bekommt einen richtig krassen Pet dadurch. Lol. Ey, ich hab ihn auch besiegt. Ey, warte mal, ey, wo hab ich das nicht bekommen, Freunde? Kraft? 14 Mal. Oh, ich muss ihn 15 Mal besiegen, Freunde. Und dann krieg ich hier ein richtig krasses Pet. Okay, ey, das wäre ein Scharfen, Leute. Easy, bam. Nimm das, Alter. 15 Mal, wenn ich ihn besiegt habe, bekomme ich das krasseste Pet, Alter. Hehe. Ah, okay, Freunde. Man bekommt immer so richtig random Pieces. Also komplett verschiedene Pieces von Pets. Wir müssen einfach Glück haben, dass wir oft das Gleiche ziehen. Jetzt haben wir hier, warte mal. Jetzt haben wir hier schon zweimal diesen Broly. Und den kann man einfach für 30, wenn man den 30 Mal zieht, Freunde, dann kann man den craften. Der ist bestimmt richtig OP. Sollen wir jetzt einfach richtig oft gegen den kämpfen, Freunde? Wer sagt, hm, ich weiß nicht, Junge. Nimm das, Alter. Boom. Komm schon. Wir haben jetzt schon wieder den hier bekommen. Okay, warte mal. Wir können ein Event-Eye wieder ziehen. Let's go. Und was bekommen wir raus? Ey, der Macke, ich öffne gerade das Raster-Eye, Junge. Und wir bekommen wieder den Infernal-Dragon. Okay, der ist richtig OP, Freunde. Der gibt einfach 15 Plus. Den equippen wir direkt, Leute. Let's go. Jetzt bekommen wir so viel Plus. Und ab in die nächste Welt. Und jetzt werde ich hier trainieren. Simlaki. Und in der nächsten Folge, sage ich dir ganz ehrlich, da werde ich dich komplett rasieren. Falls ihr alle noch mal eine Folge sehen wollt von einem Sword-Simulator. Von einem Schwerte-Ziehen-Simulator. Dann lasst jetzt alle ein Like, da abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich finde, ich habe gewonnen. Ich war als erstes in der anderen Welt. Und die Challenge hat gelaufen, wer als erstes in dieser Welt ist. Und ich war vor dir da. Simlaki. Doch, 100%. Lasst alle ein Like, da und ein Abo. Und, Freunde, schreibt alle eine einzige Komptare, wenn ich gewonnen habe. Und eine zwei in die Komptare, wenn sie den Rucky gewonnen haben. Also, alle eine einzige Komptare. Schnell, schnell, schnell. 2. Alle eine einzige Komptare. Und ich würde sagen, jetzt gibt es eine auf die Nutzung der Rucky. Komm her, auf die nächste Folge. Let's go. Let's go. Boom, 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 boom.